Schattet ihr mich, Herr Pinky? Ja, ich bin der Pinky! Wir haben hier die Laufbahn. Ihr bleibt alle hier in dem Wald drin. Vorne, wenn ihr hier durchgeht, nehmen wir eine rammende Stelle mit Abwehrband. Da kommen die Flaggen rein. Jeweils nur eine Flagge. Hinbringen, reinlegen, nächste Flagge holen. Flackenträger. Geht trocknen, Flagge fallen lassen. Zurück gehen, sauber machen. Wieder hingehen, die Flagge holen. Fertig. Jungs, ich bin Deckungsgeber. Die Kabel kann nicht rennen. Warum um die Flagge reinkommen? Hälfte spielen, Hälfte spielen. Jetzt müssen Sie mich überdrehen, das ist wieder ganz zu blau. Alle zwei verstanden? Jawohl! Wo ist gestanden? Ja, die schnellen vor! 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 Nichts! Gut! Gut, gut! 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 Was ist denn jetzt los, Mann? Achtung! Vorsicht links! Pass auf links! Pass auf links! Pass auf links! Pass auf links! Ich bin schon wieder. Jau, eine Davies, Jau! Das war's für heute.